Endlich war Darkon fertig. Er füllte seinen Teller, dann bediente er sie einen nach dem anderen entsprechend ihrem gesellschaftlichen Rang. Während des Essens wurde nur gelegentlich gesprochen und dann drehten sich die Gespräche um die Qualität einheimischer und importierter Waren, das Wetter und andere allgemeine Themen. Ab und zu blickte Jayan zu Tessia hinüber. Sie war nicht hübsch, befand er, aber sie war auch nicht hässlich. Junge Frauen im Lien waren in der Regel entweder schlank und muskulös von der Arbeit oder drall und üppig, wie einige der Haustienerinnen des Herrenhauses oder die Ehefrauen von Handwerkern. Tessia war weder mager noch kurvenreich, soweit er es erkennen konnte. Sie sagte nichts, sondern hörte nur zu und beobachtete Lord Darkon, mit offenkundiger Neugier. Dem Magier war dies vielleicht aufgefallen, da er begann, ihr direkte Fragen zu stellen. Gibt es irgendetwas, das du zu erfahren wünschst? fragte er, als das mal zu Ende war. Ob es sich nun um Magie oder Magier oder ihre Ausbildung handelt, frag einfach. Ich werde mein Bestes tun, dir zu antworten. Der Heiler und seine Familie tauschten Blicke. Weran öffnete den Mund, um zu sprechen, schloss ihn dann jedoch wieder. Unser Tessia an. Ich denke, die Fragen meiner Tochter sollten an erster Stelle kommen, da sie diejenige ist, die Magie erlernen wird. Tessia lächelte ihren Vater schwach an. Dann runzelte sie die Stirn, während sie ihre Gedanken sammelte. In welchem Körperteil entsteht die Magie? fragte sie. Im Gehirn oder im Herzen? Darkon kicherte. Ah, diese Frage wird oft gestellt und niemals richtig beantwortet. Ich glaube, die Quelle ist das Gehirn, aber manche Magier sind davon überzeugt, dass sie aus dem Herzen kommt. Da das Gehirn Gedanken produziert und das Herz Gefühle, ergäbe es eher einen Sinn. Wenn Magie aus dem Gehirn käme, Magie gehorcht unserem geistigen Willen. Wir haben nur wenig Kontrolle über das, was wir empfinden. Obwohl wir unsere Reaktion auf unsere Gefühle durchaus kontrollieren können. Wenn Magie den Gefühlen gehorchte, hätten wir nicht die geringste Kontrolle darüber. Tessia beugte sich vor. Also, wie erzeugt der Körper Magie? Ein noch größeres Rätsel, erwiderte Darkon. Manch einer glaubt, sie sei das Ergebnis von Reibung, die durch sämtliche Rhythmen im Körper verursacht wird. Blut, das durch unsere Pulspfade fließt. Atem, der durch die Lungen einströmt. Tessia runzelte die Stirn. Bedeutet das, dass Menschen mit magischer Fähigkeit einen schnelleren Puls haben und schneller atmen? Nein, antwortete Viren an Darkons Stelle. Aber da manche Substanzen leichter Reibung erzeugen als andere, unterscheidet sich das Blut eines Magiers, vielleicht von dem, der übrigen Menschen, und ist eher in der Lage, Reibung zu erzeugen. Erzogte die Achseln. Es ist eine seltsame Vorstellung und eine, von der mein Vater nicht viel gehalten hat. Ebenso wenig war er von der Theorie der Sterne überzeugt, meinte Darkon lichend. Davon hielt er noch weniger. Verlichtete Viren ihm kichernd bei, was ihn um ein Haar die Mitgliedschaft in der Heilergilde gekostet hätte. Wie das? freute Yayan, dem auffiel, dass alle anderen im Raum das gleiche wissende Lächeln zeigten. Entweder war der Verlust der Mitgliedschaft in der Heilergilde kein so ernster Absturz, wie er gedacht hatte, oder es steckte mehr hinter dieser Geschichte. Darkon sah Yayan an. Heiler Berin vertrat die Auffassung, dass der Lauf der Sterne und Jahreszeiten keinen Anfluss auf Gesundheit, Krankheit und Tod habe, sondern nur als Vorwand für Heiler von Nutzen sei, wenn sie unfähig waren und irgendetwas brauchten, womit sie sich herausreden konnten. Ich kann verstehen, warum das einige Leute ziemlich aufgeregt hat, meinte Yayan. Das hat es, und etliche von ihnen machten Berin das Leben so schwer, dass er, als mein Vater mir eine Position hier anbot, nur allzu gern zugegriffen hat. Außerdem hat es dazu geführt, dass die beiden Freunde wurden, fügte Berin hinzu. Blasier räusperte sich. Da wäre etwas, was ich gern wüsste. Darkon drehte sich zu ihr um. Und was ist das? Besteht ein Unterschied zwischen einem natürlichen Magier und einem normalen? Abgesehen davon, dass bei den einen die natürliche Macht der Magie sich willkürlich entwickelt und dass diese Personen im Allgemeinen stärker sind als der durchschnittliche Magier, besteht kein Unterschied. Die Fähigkeiten der meisten Magier werden entdeckt, wenn man sie in jungen Jahren einer Prüfung unterzieht und anschließend werden sie mit der Hilfe eines anderen Magiers entwickelt. Falls es unter diesen Magiern Naturtalente gibt, erfahren wir das nie, weil sie gar keine Gelegenheit bekommen, ihre Macht ohne Hilfe zu entwickeln. Damit magisches Talent ohne Eingreifen von außen an die Oberfläche tritt, muss es sehr stark sein. Aber unterm Strich wird diese Stärke keine große Rolle spielen. Höhere Magie ergänzt die natürliche Fähigkeit eines Magiers. Daher wird die Stärke eines Magiers im Wesentlichen dadurch bestimmt, von wie vielen Meisterschülern ein Magier Macht bezogen hat, nicht von seiner natürlichen Fähigkeit. Dann weiß man im Allgemeinen also nicht, ob ein Mensch über magisches Talent verfügt. Solange man ihn nicht prüft, hakte Viren nach. Da konnigte. So ist es. Und Magie begünstigt wie der reiche noch arme Menschen, wie der mächtige noch niedere. Jeder, die mir auf der Straße begegnet, könnte ein latenter Magier sein. Warum unterrichtet ihr sie dann nicht? fragte Lasia. Wenn Chiralia über mehr Magier verfügte, wäre es doch gewiss besser in der Lage, sich zu verteidigen. Wer sollte sie denn unterrichten? Es gibt nicht einmal genug Magier, um latente Magier aus reichen Familien zu unterrichten, geschweige denn solche, die aus gewöhnlichen Verhältnissen stammen. Außerdem werdet ihr sie vielleicht gar nicht alle unterrichten wollen, ergänzte Viren mit nachdenklicher Miene. Wenn ihr einen Meisterschüler auswählt, werft ihr gewiss auch seinen Charakter in die Waagschale, selbst wenn er oder sie aus einer mächtigen Familie stammt. Er blickte zu Tessia hinüber. Nur dann, wenn ihr die Wahl habt. Lacon lächelte. Ihr habt recht. Glücklicherweise besitzt Tessia einen hervorragenden Charakter. Und es wird mir gewiss ein Vergnügen sein, sie zu unterrichten. Alle sahen Tessia an. Jaiyan beobachtete, wie er die Röte in die Wangen stieg und sie nach unten schaute, um den Blick der anderen zu meiden. Davon bin ich überzeugt, sagte Tessia. Sie war ihrem Vater eine große Hilfe. Sie sah Dacon an. Was genau bedeutet es, eine Quelle für einen Magier zu sein? Jaiyan beobachtete, wie alle Heiterkeit aus den Augen des Magiers verschwand, obwohl er nach wie vor lächelte. Ich kann euch natürlich keine Einzelheiten erzählen, da höhere Magie ein Geheimnis ist, das nur Magier untereinander teilen. Allerdings kann ich euch verraten, dass es sich um ein schnelles, einverständlich vollzogenes Ritual handelt. Die Magie wird vom Meisterschüler auf seinen Magier übertragen und von dem Magier gespeichert. Diese Bereitstellung von Macht ist die einzige Bezahlung, die Tessia für ihre Ausbildung leistet? Ja, und wie ihr euch vorstellen könnt, ist das mehr als genug an Bezahlung. Bis ein Meisterschüler so weit ist, Magier zu werden, hat er seinen Herrn hundertmal stärker gemacht, als er es ohne diese Hilfe wäre. Natürlich sind wir bis dahin im Allgemeinen nicht viele hundertmal stärker als zuvor, weil wir diese Macht in der Zwischenzeit verbraucht haben werden, aber sie ermöglicht es uns, viele Dinge zu tun. Warum haben Magier nicht mehrere Meisterschüler? wollte Tessia wissen. Dann hätten sie doch auch mehr Macht. Und es würde noch länger dauern, einen jeden von ihnen zu unterrichten, antwortete Darkon. Ein Magier hat nur ein gewisses Maß an Zeit, das er auf das Unterrichten verwenden kann, und wir haben die Pflicht, unsere Meisterschüler gut und gründlich auszubilden. Vergiss nicht, die meisten unserer Meisterschüler kommen aus mächtigen Familien, die einen Einfluss darauf haben können, ob man uns gut bezahlte Arbeit gibt oder nicht, oder ob wir die Lords unserer Lehen bleiben. Im Allgemeinen verspüren wir nicht den Wunsch, sie zu verärgern. Er hielt inne und verzog das Gesicht. Außerdem ist da noch etwas. Wenn ich mehrere Meisterschüler hätte, ganz gleich, wie gut ich sie ausbilden würde, würde ich mich zu sehr wie ein sacherkanischer Magier fühlen, der eine Horde von Sklaven missbrauchen kann. Er sah Jeyan an. Nein, ich ziehe die kyrallische Methode von gegenseitigem Respekt und Nutzen bei weitem vor. Die anderen nickten zustimmt. Dacon blickte in die Runde. Noch weitere Fragen? Tessia rutschte auf ihrem Stuhl herum und zog seine Aufmerksamkeit auf sich. Ja? sagte er. Sie sah ihren Vater an. Dann errötete sie wieder. Kann man Magie benutzen, um zu heilen? Dacon bedachte sie mit einem wissenden Lächeln. Nur, indem man bei den körperlichen Aufgaben des Heilens hilft. Magie kann bewegen, halten, wärmen oder durchtrennen. Sie kann anstelle eines Aderpressers zusammenschnüren und ich habe sogar davon gehört, dass sie benutzt werden kann, um mein Herz zum Schlagen zu überreden, nachdem es stehen geblieben ist. Aber Magie kann den Körper nicht darin unterstützen, tatsächlich zu heilen. Das muss der Körper selbst tun. Tessia nickte und Jeyan glaubte, Enttäuschung in ihren Augen wahrnehmen zu können. Es überrascht mich, dass sie sich noch immer für die Heilkunst interessiert, nachdem sie jetzt Magie erlernen wird. Natürlich könnte es durchaus möglich sein, und wir haben nur noch nicht herausgefunden, wie, fügte Dacon hinzu. Tessia blickt ihn mit nachdenklicher Miene an. Ich glaube nicht, dass wir jemals aufhören sollten, es zu versuchen. Jeyan sah Dacon überrascht an. Er ermutigt sie. Welchen Sinn hat das? Er beobachtete, dass Tessias Haltung sich entspannte und sie Dacon ein dankbares Lächeln schenkte. Jeyan kam der Gedanke, dass Dacon ihr vielleicht nur den Übergang erleichtern wollte, indem er ihr die Aussicht auf etwas Vertrautes in einer fremden, neuen Welt bot. Etwas, um ihr Interesse zu wecken. Aber das hätte doch nichts zu tun brauchen. Gewiss war sie genauso aufgeregt, wie jeder neue Meisterschüler, Magie erlernen zu dürfen. Bei der Vorstellung, dass es sich in ihrem Fall anders verhalten könnte, durchzuckte ihn ein winziger Stich des Ärgers. Das wäre unglaublich undankbar, sowohl dem Glück gegenüber, dass sie eine solche Chance gegeben hat, als auch Lord Dacon gegenüber, der sie ausbilden will. Er ertappte sich dabei, dass er die Stirn runzelte und entspannte seine Züge hastig wieder. Sobald sie erst einmal anfängt, Magie zu benutzen und begreift, wie wunderbar das ist, wird sie ihr altes Leben schnell hinter sich lassen. Das Heilen wird nichts im Vergleich zu der Magie sein.